Die Plettenberger Kleinbahn Im Jahr 1896 begann der Betrieb der Plettenberger Straßenbahn. Am 20. April wurde der Güterverkehr unter reger Teilnahme der Bevölkerung offiziell eröffnet. Von diesem Tag an galt auch die auf 60 Jahre befristete Betriebskonzession. Bereits am 10. Juni des Jahres konnte der öffentliche Personenverkehr auf der Gesamtstrecke beginnen. Die Plettenberger Straßenbahn ermöglichte für die Industriebetriebe in unserer Viertälerstadt den dringend benötigten Anschluss zur Rosigstrecke. Durch den Bau einer Schmalspurbahn konnte für die Industrien in den engen Tälern von Grüne, Lenne, Else und Östertal konkurrenzfähige Frachtbedingungen geschaffen werden. Im Wandel der Zeit aber musste auch die Plettenberger Kleinbahn den moderneren Beförderungsmöglichkeiten weichen. So kam es am 17. Juli 1962 zur letzten Fahrt dieser Schmalspurbahn. Notspurbahn. Notspurbahn. Anstieg. Notspurbahn. Zur letzten Fahrt waren Lokführer Christian Bücking und Heizer August Runte sowie Zugführer Reinhold Pfeiffer noch einmal mit ihrem Zug auf den Plettmerger Gleisen unterwegs. Zahlreiche geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Handel und Verkehr bekamen die Gelegenheit, sich durch eine letzte Mietfahrt nach gut 66 Jahren von der beliebten Schmalspurbahn zu verabschieden. Der festlich geschmückte Zug stand für seine letzten Kilometer bereit. Der Kessel hatte seinen nötigen Betriebsdruck erreicht und es konnte endlich losgehen. Die geladenen Gäste bestiegen den Zug und dann begann die allerletzte Reise vom Betriebshof Oberstadt zum Haus Ostermann in Arringhausen. Zahlreiche Fotografen und Filmemacher waren auch vor Ort, um diesen besonderen Tag einer Schmalspurbahn zu dokumentieren. Im Stadtzentrum standen viele Plettenberger Bürger, um sich von ihrer Kleinbahn zu verabschieden. Mehr als sechs Jahrzehnte lang sah man diese Dampfrösser auf den Schmalspurgleisen in der Viertelastadt. Die Wirtschaft und den Schmalenquaten werden, um sieben und in diesem Spiel zu verabschieden. Die Wunschung in der Schmucks, die Luftrösser auf dem ganzen Schmusik in der Verkauf Top喜. Kaffee Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.